Wir schreiben den 25. September 2011. Nach monatelanger Suche, vergebener Umfrage in den Dörfern, habe ich ihn endlich erreicht, den goldenen Tempel von Notch. Ich habe, wie in den Büchern und Legenden gesagt, das Goldstück mitgebracht, was ich in den Brunnen werfen sollte, um Notch eine Opfergabe darzubringen, um seinen Tempel zu betreten. Nach den Sagen heißt es, Notch werde nun über mich urteilen, ob ich ein guter Minecrafter oder ein schlechter Minecrafter bin. Ich habe Angst. Dort ist er. Er starrt mich an. Beobachtet mich. Was wird nun passieren? Ich bin würdig. Ich habe Notchs Schatz bekommen. 59 Diamanten. 60 Gold. Nein, sogar 61 Gold. Vielen Dank, Notch. Ich bin eingesperrt. Oh nein. Nein. So, um euch nochmal diese Map richtig zu erklären. Ja, das ist wirklich ein Map, die man runterladen kann. Ist nicht von mir. Ich werde das Video von den Machern in die Beschreibung packen und das ganze Zeug, dass ihr euch selber runterladen könnt und mir sagen könnt, ob euch beim ersten Versuch genauso viel Glück beiliegt wie mir. Was noch passieren kann, wenn man dieses Goldstück hier reinwerft am Anfang und dann da durchläuft und alles, dass eigentlich aus Notchs Augen Tränen fließen sollten. Eigentlich sollten auch seine Augen offen sein. Ich weiß nicht, warum sie geschlossen bleiben. Und wenn die Augen geschlossen bleiben, sollte man einfach nach unten durchfallen in einen... Ja, ich hätte schon wieder Glück gehabt. Ich frage mich allerdings, warum... Egal, ich werde das Video auf jeden Fall verlinken. Dort könnt ihr es euch auch ansehen. Da zeigt ihr auch beide Methoden. Beim zweiten Versuch könnte man natürlich in Lava fallen. Ich habe es jetzt einfach mal random ausprobiert, ob ich beim ersten Mal vielleicht in Lava falle, ob ich unwürdig bin oder ob ich es... Ob ich doch würdig bin. So, ich versette das Ganze einfach nochmal und probiere es noch ein drittes Mal. Vielleicht habe ich ja heute Glück. Wenn nicht, dann... Na, ey, was heißt, wenn ich heute... Habe ich heute halt mal Glück? Wenn nicht, dann müsst ihr euch das Video ansehen und ihr werdet sehen, was passiert. Oh, da gibt es noch ein bisschen was. So, hallo Notch. Na, wie geht's dir? Na? Hm, ja. Oh, ja, schönen Tag, ne? Okay, ich habe jedes Mal Glück. Notch will mich nicht tücken. Naja, probiert das selber aus. Sagt mir, ob ihr gestorben seid oder ob die Map einfach vielleicht verbuggt ist. Man weiß es ja nicht. Ähm, morgen kommt wieder halbe Stunde Adventure. Bis dann, euer Zombie. Bäm.